Hallo! Hallo! Ja, 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 ja. Gut, schwieriges Thema, schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Ja, vielleicht haben es einige von euch mitbekommen. Es war Gaming Trends Platz 1 mit, weiß ich nicht, 200, 200.000 Aufrufe. Congratulations! Die gute alte Izzy hat ein Video gemacht, was ziemlich, für Aufmerksamkeit gesorgt hat und ein bisschen für Fragen gesorgt hat und so. Und wir wollten jetzt darüber sprechen, was gerade jetzt so Sache ist, was jetzt gerade abgeht. Persönlich, ich persönlich mag solche Videos nicht, weil ich möchte eigentlich auf meinem Kanal nur gute Sachen machen. Ich denke mal, da, genauso wie Roman möchte auch eigentlich nur lustige und tolle Videos machen und jetzt muss es halt leider auch mal ein ernsteres Video geben. Ja, eigentlich sind wir gar nicht so die Menschen dafür, weil wir sowas eigentlich gerne untereinander gerne regeln, dass man untereinander sich gerne berät, sich einander Tipps gibt und das miteinander regelt. Und klar, das ist jetzt so eine Notfallsituation. Wir haben keine andere Wahl, als so ein Video zu machen. So, deswegen haben wir uns entschieden. Es fällt uns auch ziemlich schwer. Ja. Also mir persönlich, das ist echt nicht so einfach. Es ist schwierig, weil wir haben einfach eine lange Zeit mit Easy aufgenommen und haben gedacht, dass eigentlich auch alles in Ordnung ist, aber anscheinend war nicht alles in Ordnung. Es gab viele Probleme, aber bevor wir da jetzt komplett einsteigen, wollen wir nochmal sagen, dass wir das Video komplett uncut machen. So, damit ihr da einfach alles seht. Alles, was wir sagen, könnt ihr gerne abspeichern, für euch verwenden. Denn wir wünschen uns beide gerne, dass ihr nicht, nicht Easy haten sollt, so wie ihr mich gehatet habt nach Easy ihrem Video. Easy hat das nicht gesagt. Easy wollte wirklich mit diesem Video bewirken, so, dass wir davon Schaden tragen. Wir wollen das allerdings nicht. Deswegen, falls ihr jetzt anders denkt nach diesem Video, beleidigt bitte niemanden. Das ist immer das Allerwichtigste, was ihr euch merken solltet, sondern versteht einfach, was los ist, macht euch eure eigene Meinung und ihr könnt dann vielleicht demjenigen eine Nachricht schreiben, aber ohne zu beleidigen, ohne sofort zu... Ja, ich meine, im Endeffekt dürfen die Leute ja an sich entscheiden, was sie jetzt glauben und was nicht, oder? Ja. Ich meine, wir können ja, wir können das ja auch jetzt nicht großartig beeinflussen. Wir wollen auch eigentlich keinen beeinflussen, dass jetzt irgendwie, ja, hört da nicht zu oder hört da nicht hin. Das ist, keine Ahnung, so, ich weiß nicht, ihr könnt euch ja immer noch eure eigene Meinung dazu bilden. Ich meine, dafür, ne? Dafür machen wir dieses Video. Dafür machen wir das ja auch und so und deswegen... Und wir sind auch... Ähm, auch keine voreiligen Schlüsse ziehen und niemanden beleidigen und das ist sehr, sehr wichtig. So, wir sind auch ein bisschen enttäuscht, müssen wir sagen, weil das Ganze hat gestern Nachmittag angefangen. So, Lars und ich sind wochenendemäßig unterwegs. Ich war auf dem Geburtstag, Lars war unterwegs. Und, äh, klar, das hat, mir hat es den ganzen Geburtstag so ein bisschen versaut, so, das hat Isi geschafft, so. Ähm, und, ja, Lars, einen Tag sah, glaube ich, auch nicht besser aus. Ja, ich hab's ja erst recht spät so mitbekommen, ne? Dass, dass, dass das passiert ist, ich hab geschlafen. Ja, das Ding ist halt auch, die Community, auch unsere treuen Zuschauer, einige haben direkt alles geglaubt und haben wirklich... Und haben gar nicht auf unser, auf unser Statement sozusagen gewartet. Es ist wichtig, Leute, dass ihr euch immer alles anhört von, von beiden Seiten. Aber wir möchten da auch nicht zu viel drüber reden. Einerseits sind wir natürlich ein bisschen enttäuscht davon, weil wir geben uns wirklich immer viel Mühe, uns, euch jeden Tag die Videos zu bringen. Das ist selbstverständlich unser Beruf, wir verdienen dadurch Geld, das stimmt. Aber wir machen das, seitdem wir 14, 13 sind und seit acht Jahren machen wir, seit wir im Kinderzimmer sitzen, immer noch Videos bis heute. Und das ist zusammen. Und das ist zusammen. Und wir beide, das darfst du nicht vergessen, das machen wir schon ewig, ewig lange. Also das wissen vielleicht viele gar nicht, dass es halt schon ewig lange läuft mit uns. Wir sind, seit über acht Jahren kennen wir uns und wir sind immer noch, jeden, jede Woche, jeden Tag, sehen wir uns, wir reden miteinander, wir streiten, aber wir lachen auch zusammen. Wir haben zusammen gewohnt. Wir haben zusammen gewohnt, ja. Und das war ja auch alles. Und das hat nicht funktioniert. Aber das haben wir gemerkt und wir sind so, deswegen machen wir das Ding hier auch einfach zusammen. So. Ja, um einfach nur kurz diese Beziehung, die ich mit Roman jetzt beispielsweise habe, so zu erklären, weil viele, viele Leute, ich spreche das Thema jetzt mal kurz an, weil viele, viele Leute gemeint hatten, oh Lars, das mit Roman, der kommandiert dich rum und der, ich weiß jetzt nicht, es gab, boah, viele, viele Leute, die gesagt haben, dass das Roman so, mich so richtig unterdrücken würde oder sowas, so. Keine Ahnung, warum das alle denken. Aus meiner Sicht ist das nicht so, weil ich, ich höre natürlich auf die Ratschläge, die Roman mir gibt, weil das einfach sehr, sehr oft mich auch echt weit gebracht hat. So, ich meine, ich, ich denke mir wirklich oft so, ohne Roman wäre ich jetzt nicht hier, wo ich jetzt bin und umgekehrt genauso und deswegen, wir machen das halt, wie gesagt, schon ewig lange zusammen und ich weiß nicht, warum Izzy so gemeint hatte, dass ich abhängig wäre von Roman und auch finanziell abhängig bin, das stimmt nicht, weil ich mit Izzy damals, als ich mit ihr Videos zusammen gemacht hatte, hatte ich viel, viel mehr Aufmerksamkeit auf dem Channel gehabt. Ich glaube, mein Kanal hatte 15 Millionen Aufrufe gehabt, so als diese Videos mit Izzy immer regelmäßig kamen. Und als das dann so auseinandergegangen ist, habe ich mich natürlich für die Seite von Roman entschieden, weil ich Roman einfach schon länger kenne, mit ihm einfach befreundet bin und wir schon mega viel zusammen durchgemacht haben. Und dadurch ist mein Kanal halt auch schlechter geworden, also ist dann sozusagen gesunken von Aufrufen, von Aufmerksamkeit etc. Und deswegen verstehe ich nicht, dass das mir gesagt wird oder das mir vorgeworfen, sage ich jetzt einfach mal, dass mir vorgeworfen wird, dass das eine Sache ist, dass ich mit Roman Videos zusammen mache, weil ich finanziell abhängig von ihm bin. Ich hätte auch sagen können, nee, ich mache jetzt nichts mehr mit Roman. Und ich denke mal, Roman hätte dann auch kein Problem damit gehabt, hätte ich jetzt gesagt, ja, ich gehe jetzt, keine Ahnung, zu Izzy und Truppe und mache jetzt mit denen wieder Videos, weißt du? Das ist wirklich so eine Sache, die möchte ich gerne ansprechen. Ich habe noch nie wirklich jemanden bei mir festgehalten. Jeder, der sagt, dass er keine Lust mehr hat, mit mir zu arbeiten, das Einzige, was ich mache, ist einfach nur herauszufinden, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Weshalb ist das überhaupt so passiert? Und das Ding ist einfach, dass wir bei Izzy bis heute nicht genau wissen, was ihr Problem wirklich war mit uns oder mit mir ganz besonders, weil sie das nicht uns gesagt hat. Es gab den einen Tag, das war im September, ich glaube, nach meinem Geburtstag war das so, da habe ich mich mit Izzy getroffen. Davor waren wir noch auf der IFA in Berlin und haben miteinander gesprochen, uns persönlich getroffen und waren zweimal miteinander essen und haben uns unterhalten. Da war ich nicht dabei. Da war Lars nicht dabei. Und wir haben uns eigentlich total gut unterhalten und alles war Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann ein paar Tage später, nach der IFA, haben wir uns im Teamspeak, wollte Izzy mit mir alleine sprechen, so über das YouTube-Thema, weil ich gedacht habe, okay, anscheinend ist da ja irgendwas und wir sprechen miteinander. Und Izzy hat mir dann klipp und klar gesagt auf einmal, dass, also erst hat sie mich ein bisschen beleidigt, aber ich habe da einfach mal hingehört und wollte sie einfach mal aussprechen lassen. Und sie hat danach mir im Teamspeak erklärt, dass sie nicht mehr mit uns aufnehmen möchte, dass sie mit mir ganz besonders nicht aufnehmen möchte und dass sie darauf keine Lust mehr hat und dass sie davon komplett gestresst ist und sie konnte mir nicht erklären, weshalb das so ist und hat dann ganz kurzschlüssig gehandelt und gesagt, keine Lust mehr. Und da habe ich gesagt, warte, Izzy, bevor du da gehst und ich weiß nicht, was du vorhast, habe ich gesagt, bitte lass Lars in den Teamspeak mit reinkommen, weil Lars mit uns auch immer aufgenommen hat und erklär das bitte Lars und mir gemeinsam, was das Problem ist und wie wir weitermachen wollen. Und da habe ich Lars in den Teamspeak geholt, weil ich noch Admin-Rechte hatte und habe Lars hochgeswischt. Ja, du meintest so, komm schnell rein, komm schnell in TS oder sowas, weil irgendwie ein bisschen panisch. Ja, so panisch, ey, ey, Izzy, Izzy ist gerade voll am Durchdrehen, so. Ich weiß nicht, was abgekommen, bitte her und versuch mal hier mit mir zu reden, weil ich konnte das nicht mehr halten, so. Ich habe mir das angehört, sie war auf Rage und hat dann ... Ja, also ich bin dann sogar in Teamspeak mit reingekommen und dann meintest du so, okay, sag das nochmal, Lars, was du zu mir gerade gesagt hattest oder irgendwie sowas. Und dann hat sie irgendwie gemeint, nein oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was gesagt wurde, so. Das tut jetzt auch eigentlich nicht viel zur Sache, aber sie ist dann einfach gegangen. Und hat uns die Admin-Rechte weggenommen. Ja, aber ich glaube, das war einfach so ein bisschen aus Wut. Ja. Das war gerade einfach eine schwierige Situation. Aber ich verstehe nicht, warum mir auch die Rechte dann irgendwie entzogen wurden. Also sie hat dir die Rechte weggenommen und mir auch, so. Also ich habe dann irgendwie noch mit Izzy so über WhatsApp geschrieben und sowas und habe auch versucht zu ... Also ich habe auch nochmal angerufen und sowas. Ich meine, es hat halt ein bisschen zwischen euch so gerieselt. Ja. Aber ich meine, es gab halt hin und wieder schon mal so Situationen, wo es halt einfach ein bisschen schwierig wurde, wo wir uns alle generell mal so ein bisschen auf die Nerven gegangen sind. Ja, ja. Und so. Und ich habe dann halt versucht, Izzy zu erreichen. Also ich habe sie auch erreicht. Ich habe mit ihr telefoniert und meinte so, ja, hast du Lust, irgendwie jetzt nochmal was zu machen und sowas. Obwohl ich halt gewusst habe, dass gerade irgendwie richtig schwierig ist und sowas. Aber ich wollte halt trotzdem Videos machen. Ja. Weil, wie gesagt ... Es hat gut funktioniert. Es lief gut. Es lief wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe mich mit Izzy auch privat super gut verstanden. Was mich dann halt auch irgendwie ein bisschen so stutzig und vielleicht auch ein bisschen verletzt hat, war halt, dass ich eigentlich immer probiert habe, ein gutes Verhältnis zu führen. Und das aber irgendwie jetzt so auch deswegen in die Brüche gegangen ist. Und das war auch der Grund, was Izzy angesprochen hatte in ihrem Video, weshalb ich ihr nicht geantwortet habe auf WhatsApp, weil sie mir ja irgendwie frohes Neues gewünscht hat oder sowas. Das liegt einzig und allein daran ... Aber warte mal, frohes Neues war ... Sorry, dass ich dir ins Wort falle. Aber das war ja dann so zwei, drei Monate komplette Funkstille so. Völlig, völlig so out of nowhere so ein bisschen. Also klar, ich habe mich auch gefreut so. Das ist ja auch was, worüber man sich freut. Und das ist jetzt auch nicht, dass ich irgendwie ... Keine Ahnung, ne? Aber ich bin ehrlich gesagt ein kleines bisschen ... Bisschen, na ja, nicht sauer, aber ein bisschen traurig oder was auch immer gewesen, weil ich halt auch gedacht habe, dass wir mehr freundschaftlich sind als nur dieses Videos machen etc. Auch viele private Sachen miteinander besprochen und so und auch Tipps gegeben und so weiter und so fort und so. Aber irgendwie, ich weiß nicht genau, was passiert ist so, aber irgendwie kam es dann auch so, dass wir keinen Kontakt mehr hatten. So. Und da habe ich mir auch gedacht, wieso, wenn es doch wirklich eine Freundschaft war, wieso sagt sie mir dann nicht, was ihre Pläne sind für die Zukunft oder was sie sich jetzt vorstellt. Weil ich wusste das nicht, ich habe keine Ahnung gehabt. Es war auf einmal so, dass Izzy weg war. Und wir hatten keinen richtigen Kontakt mehr. Ja, genau. Ich will auch nicht zu weit jetzt da nicht abschalten. Ja, weil sonst sind wir da zu weit. Sonst wird es wieder zu lang. Wir sind schon bei zwölf Minuten, wir möchten das wirklich so kurz wie möglich eigentlich halten. Eine Sache ist noch wichtig, es wurde gesagt, dass wir irgendwie so ... Irgendwas hat Izzy von Fake News immer erzählt. So Fake News, so als ob wir hier irgendwelche Nachrichten machen. Ähm, das Einzige, was wir bisher immer gesagt haben, aus Respekt gegenüber Izzy, ist, wenn die Zuschauer uns natürlich immer gefragt haben, hey, was ist mit Izzy, was ist mit Izzy, konnten wir nur sagen, dass wir selber nicht wissen, was mit Izzy war. Und das ist nämlich genau das, was ich meine, dass sie mir halt auch im Prinzip nicht wirklich gesagt hat, was jetzt Sache ist. Ich meine, ich habe das mitbekommen mit diesem kleinen Streit, den ihr da hattet. Oder von mir aus auch einen größeren Streit. Ich weiß es nicht. Ähm, so, das habe ich halt nur mitbekommen. Und dann wollte ich eigentlich noch weiterhin mit ihr was machen und sowas und das halt herausfinden. Und ich glaube, wir hatten auch ganz kurz gesprochen in ihrem privaten Teamspeak, wo sie halt so ... Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr. So, und, äh, das war's. Und das war dann irgendwie sozusagen dann der Finalschuss. Und dann war ich halt ein bisschen sauer, dass sie dann einfach irgendwie zu anderen gegangen ist und hat dann mit denen einfach aufgenommen. Aber das ist ja auch ihr gutes Recht so. Ja, natürlich so. Niemand hat es festgehalten. Keiner verbietet es. Ich verbietet es absolut keinem. Nur ich fand es halt irgendwie ein bisschen schade, weil wenn wir Freunde gewesen sind, wären, was auch immer, so wäre da halt schon wenigstens so was gekommen wie, ja, Blas, pass auf, ich habe keinen Bock mehr auf das, was wir da gerade so machen. Wenn du willst, können wir zusammen Videos machen und so weiter. Aber ich muss dazu ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich dann was mit Easy gemacht hätte, was, ne, was dann halt auch so passiert ist. Weil es erstmal enttäuschend ist und weil ich einfach mit Roman schon immer Sachen zusammen mache und er mir persönlich einfach viel, viel mehr geholfen hat und wir kennen uns auch schon viel länger und auch so, sag mal, so Persönlichkeit, ich meine, so zur Entwicklung hat das ja auch viel beigetragen. Wir sind einfach Freunde, so. Und ich meine, ich kenne Izzy seit einem Jahr, Roman kenne ich seit acht Jahren und es ist völlig logisch, dass ich dann zu der Person halt eher halte, die ich länger kenne, oder? Und ich nicht irgendwie der Sklave so von dir bin. Ja, ich finde das so, ich finde das so verletzend, was Izzy da gesagt hat. Erstens finde ich das so verletzend, dass Izzy Lars wie so, wie so mein Hund dargestellt hat. Ja, ich bin einfach so... Was ist das denn? ...dieses Stück so, 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 so. Sie hat so wirklich so getan... Als ob ich weniger wert bin. Ja, so als ob ich, weil ich mehr Abonnenten habe, als ob ich Lars so richtig an der Kette halte und dann ihm alles befehle, was er zu tun hat. Aber das ist nie der Fall gewesen. Und ich habe noch nie an Lars irgendwas an Profit oder Sonstigen geholt. Das stimmt allerdings, ja. Sogar im Gegenteil. Ich habe durch Lars schon so viel Minus gemacht, aber es ist okay. So, weil ich mit Lars befreundet bin und deswegen stecke ich das ein und Lars ist unzuverlässig und Lars nervt mich wirklich richtig oft und ich nerve Lars richtig oft, weil er kommt immer zu spät und ich komme immer pünktlich und versuche ihn dann immer zu schnell herzuholen und dann nerven wir uns gegenseitig und klar streiten wir uns da. Ja, das darf man halt auch nicht vergessen, dass wir beide ja den Job machen und wir auch trotzdem befreundet sind und das kann halt echt oft zu Problemen führen, dass wenn man, ja, ne, das ist schwierig, es ist sehr, sehr schwierig, das so unter einen Hut zu kriegen. Wir streiten einfach, nee, wir schreiten jetzt mal weiter, wir streiten weiter, gell. Wichtige Sache ist noch, wir hatten dann ab dem 17. September, war es bei mir zumindest so, dass ich mit Izzy keinen Kontakt hatte. Bis jetzt gestern das Video rauskam, habe ich mit Izzy keinen Kontakt pflegen können. Das kam auch absolut out of nowhere, fand ich. Also das ist die Sache, ich dachte, die Sache wäre jetzt eigentlich schon fast vorbei. Ich habe auch gedacht, dass Izzy nie wieder was schreiben wird, aber sie hat jetzt einfach nach vier Monaten, ohne dass sie geschrieben haben, ohne dass sie irgendwas gemacht haben, hat sie jetzt das Video rausgebracht. Es war ja ein Q&A von ihr, aber es ging 80% in dem Video nur darum, was du falsch gemacht hast, was wir falsch gemacht haben, was auch immer. So, was da halt, ne? Ja, ich möchte noch mal kurz was sagen, und zwar nachdem Izzy uns dann von diesem Teamspeak runtergeworfen hat und keinen Kontakt mehr haben wollte, habe ich ihr selbstverständlich direkt danach über WhatsApp noch eine Nachricht geschrieben, dass ich es schade fand, dass sie das so gemacht hat. Und dieser Text ist auch ganz normal geschrieben und nicht so, wie sie das dargestellt hat, mit dem, das verstehe ich nämlich nicht, dass sie gesagt hat, dass ich sie angeschrien habe und dass ich wütend auf sie war. Und das hat sich so angehört, als ob ich die fast geschlagen hätte. Dabei habe ich... Ja, als wäre es so mega aggressiv. Ja. Keine Ahnung. Ich verstehe nicht, wo ich mega aggressiv bin. Das ist, das fand ich so verletzend. Und ich... Ja, das ist auch lustig, weil die Leute so, ich weiß nicht, klar, du bist halt ein Giftswerk. Ja, ich bin ein Giftswerk. Das wissen die Leute auch. Ja, das stimmt. Das wissen die Leute auch. So, du hast eine nervige Stimme, du nervst die Leute. Ja, das, ich nerve. Ja, du bist halt ein Giftswerk. Aber schreien tue ich nicht. Das tue ich wirklich nicht. Also ich habe, glaube ich, Roman, seitdem ich dich kenne, glaube ich, nicht einmal schreien gehört. Nicht einmal. So, klar bist du auch mal sauer geworden und so was. Hast du auch rumgezickt und so was. Hast zickig besorgt. Zickig bin ich, das stimmt. Das gebe ich auch zu. Aber schreien... Aber wirklich geschrien und irgendwie wirklich böse Sachen so einen am Kopf geworfen, habe ich eigentlich noch nicht erlebt. Oder beleidigen. Oder irgendwas mit beleidigen oder sonst irgendwas. Das hört man von mir nicht. Oder schon gesagt, dass ich dumm bin manchmal. So, dass das dumm ist, das sage ich schon. Das stimmt. Und auf jeden Fall, ich habe Izzy, nachdem sie mit dem Kontakt abgebrochen hat, habe ich ihr eine nette Nachricht geschrieben, wo ich ihr gesagt habe, Izzy, überleg dir bitte nochmal alles, so wie du das gesagt hast. Ich bin dir nicht wütend, habe ich ihr gesagt. Ich habe ihr gesagt, dass sie gerne eine Auszeit nehmen kann, falls sie das braucht. Dass ich sie einfach gesagt habe, hey, dann lass doch einfach mal zwei Wochen lang nicht mehr miteinander aufnehmen. Erstmal jeder für sich selber sein. Und dann kann man miteinander reden. Das Problem ist, Izzy, ich habe dir am 17. September geschrieben, danach habe ich dir noch eine Nachricht geschrieben, am 28. September, dann nochmal am 30. September und dann nochmal am 16. Oktober. Und ich habe dich immer wieder gefragt, hey Izzy, wie geht es dir? Können wir vielleicht reden? Was ist, gibt es vielleicht irgendwas, was wir klären müssen? Und du hast mir nicht ein einziges Mal geantwortet über WhatsApp. Nicht einmal. Nicht einmal. Und das ist traurig. Das ist eigentlich auch ziemlich klares Zeichen, dass da einfach kein Bock mehr war, so ein bisschen. Und deswegen verstehe ich nicht, warum sie jetzt dieses Video einfach so gemacht hat und jetzt angefangen hat, sowas über mich einfach zu sagen. Dabei hättest du so oft die Chance gehabt, Izzy, mit mir nochmal darüber zu sprechen und wir hätten eigentlich auch friedlich getrennte Wege gehen können. Und jetzt hast du das bekommen, was du bekommen, was du haben wolltest. Die Leute, viele Leute hassen mich jetzt. Ich habe 10.000 Abonnenten an einem Tag verloren. So, meine Videos werden alle gedisliked, die Leute hassen mich jetzt. und das ist das, was du wolltest, Izzy. Ist es das? Aber ich weiß nicht, ist das, das ist schon ein bisschen wie so, keine Ahnung, also das finde ich halt echt uncool. Man hätte es echt kurz und knapp sagen können, so, hey, passt auf, wir machen keine Videos mehr zusammen. Punkt. So. Das hätte gereicht. Die Leute hätten gesagt, okay, so diese ganzen Dinge, die da passiert sind mit dem Teamspeak, mit dem Kontaktabbruch und mit dem, dass wir nicht geschrieben haben und bla, 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 so mich, 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 ne, so ihr merkt schon, dass das mich ein bisschen aufbraucht. ist, aber diese ganzen Sachen hätte man nicht so öffentlich sagen müssen, weil das einfach Dinge sind, die untereinander passiert sind. So, ich sag ja auch nicht, dass, keine Ahnung, Roman mal meine Unterhose geklaut hat oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? So, das sind, das sind so Dinge, die sind, die sind zwischen uns passiert und die muss man nicht so krass nach außen hin raustragen, weil ich finde, das hat nicht wirklich viel auf so, auf so Plattformen zu suchen, weil dadurch einfach so viele Menschen mit Hass, sag ich mal, so mit Hass auf einmal vollgepumpt werden und dann so, ja, ich hasse jetzt den, ich hasse jetzt den und Lars, ich habe so Mitleid mit dir, dass du mit so einer Person was zu tun hast, trenne dich von dem, hör auf damit, etc., keine Ahnung, sodass ich weiß auch nicht, was das, was das für ein Stein so, was das für ein Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, was das, was das irgendwie sollte, ich weiß nicht. Ja, ich, ich würde sagen, ähm, diese Worte gehen halt nochmal direkt so an Izzi so, wir waren eigentlich echt zufrieden mit unserer Konstellation, wir haben coole Videos gemacht, wir haben stattdessen, lief auch sehr gut. Ja, wir haben alle davon profitiert, Izzi ist ja dadurch entstanden, dass wir überhaupt, überhaupt angefangen haben, zusammen aufzunehmen. Izzi ist ja von null, hat sie gestartet, ist dann in unsere Truppe mit reingekommen und wir haben Izzi von null bis jetzt, wo sie heute ist. Und man muss auch noch sagen, dass ich viel länger mit dabei bin und Izzi einfach viel krasser durch die Decke gegangen ist in der ganzen Zeit. Ja, aber das liegt auch daran, das muss man noch sagen, weil einfach Izzi auch gute Videos macht so. Ja. Die kann das so. Und der Grund, weshalb Izzi überhaupt ins Team reingekommen ist, ist, weil ich Izzi auf YouTube entdeckt habe und sie hatte damals 2000 Abonnenten auf ihrem Kanal Maskenblume, so hieß sie davor und da habe ich sie dann angeschrieben und gesagt, hey, hättest du Lust bei uns in unser Netzwerk reinzukommen? Hättest du Lust bei uns, gemeinsam mit uns, intern? Wir haben ihr auch viele Tipps gegeben und Sachen, die wirklich viel dazu beitragen, um halt, ich sage es jetzt mal, einfach erfolgreicher zu sein und einfach auch ein gutes, konstantes Konzept zu haben und dass es halt funktioniert. Und dann ist sie von 2000 Abonnenten, für die sie mehrere Monate gebraucht hat, innerhalb von einem Monat hat sie dann, glaube ich, schon fast die 100.000 oder sowas gehabt. Izzi hat so schnell Abonnenten gemacht. Das ist auch gut, das ist ja alles super und wir wollten ja auch, wir wollten ja auch jemanden noch mit dazu haben und so. Und sie hat das auch super gemacht. Das hat auch gut gepasst, fand ich. Izzi hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die hat mir wirklich in sehr, sehr vielen Sachen auch weitergeholfen, hat mir auch mit Videos, technisch und sowas geholfen, aber wie gesagt, so, I don't know. Ja, wir halten uns da jetzt nicht zu lange auf, damit es nicht, wir sind bei 21 Minuten, 56 Sekunden. Ja, wir machen, wir machen es, wir ziehen es durch. Ja, ich möchte den ... Das ist wichtig, das ist wirklich wichtig. Dann, was haben wir noch für einen Punkt? Wir haben, äh, dann haben wir einen Punkt, dass wir ab einem Punkt dann einfach das Gefühl hatten, dass wir, ähm, ja, dass wir beide uns langsam immer mehr zerstritten haben, so Lars und ich auch. Ja, das war so ein kleines bisschen so eine ... Ich stand da halt auch zwischen zwei Welten. Leute müssen mich auch ein bisschen verstehen, so, was soll ich denn machen? So, die eine Person, die mag ich auch gerne, so, die möchte, dass ich mit zu ihr gehe, also Izzi in dem Fall, möchte, dass ich mit ihr zusammen Videos mache, sozusagen, und auf der anderen Seite habe ich halt einen meiner besten Freunde, der auch sagt, yo, wollen wir jetzt weitermachen, so? Willst du jetzt mit Izzi weitermachen? Und sonst, ich stehe da halt einfach zwischen so zwei Welten und ich muss mich da natürlich auch entscheiden, ne? Lars, aber ich habe dich, ich habe dich nie festgehalten. Nein, nein, du hast mich nie gezwungen. Du hast auch, du hast auch gesagt, so, wenn du willst, Du hättest das immer machen können. Ich hätte gesagt, dass dich, als Freund hätte ich dich immer behalten, das ist auch voll in Ordnung, aber wenn du dich dazu entschieden hättest, zu sagen, wenn Izzi gesagt hätte, hey, lass das nur zusammen machen und du hättest gesagt, okay, dann wäre das für mich, klar, sehr verletzend gewesen, weil ich gerne mit dir aufnehme, aber ich habe dich nie festgehalten. Das ist das Ding. Ne, das war ja auch damals so, ich will jetzt auch nicht noch weiter da so ins Detail gehen, das war ja auch damals mit Flo so, dass wir ja auch irgendwann weniger mit Flo gemacht haben, aber das hat auch noch natürlich einen ganz anderen Grund jetzt gehabt und so und da habe ich natürlich auch mich dann eher für Roman entschieden, weil diese Sachen, die da auch so waren und so, da habe ich einfach keine richtige Zukunft drinnen gesehen, um das einfach so aus meiner Sicht zu sagen. Es gibt da die Videos vom Just Nero, falls ihr euch die angucken wollt, könnt ihr sehen, der hat ja das ganze Thema mit Flo noch mal angesprochen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch absolut persönlich mit Flo gar kein Problem, überhaupt nicht, mag Flo sogar ganz gerne und ich habe auch Flo sogar damals gesagt, was Sache ist, so ich habe wirklich gesagt, Flo pass auf, so die Sachen, die jetzt gerade so abgehen und ich glaube, du möchtest halt irgendwie in eine komplett andere Richtung gehen, so, aber ich denke halt eher ich nicht so und dann habe ich halt gesagt, okay, dann mache ich weiter mit Roman, mit Izzi und ja, dann ging das halt so weiter. Also ich habe wirklich gar kein Problem mit Flo, so ich mag Flo wirklich gern, aber ich wollte halt einfach nicht mehr so diese Art von Videos machen, und die halt da so waren. Ja. Ergibt es Sinn? Ich glaube schon, oder? Ergibt es Sinn. Ja, dieses ganze Kuddelmuddel ist ... Aber das ist jetzt auch noch mal so eine ganz, ganz andere Hausnummer, aber weil da Leute halt auch zig Millionen Mal nachgefragt hatten, so, um es einfach nur kurz zu sagen, aber wie gesagt, so mit dir, ja. Prinzipiell ist das eigentlich so alles in die Richtung, was wir eigentlich sagen wollten. Wir sind eigentlich schon beim sechsten Punkt angekommen. Der sechste Punkt ist einfach nur, dass wir so, wie die Situation jetzt gerade ist, und so wie Izzy sich gerade verhalten hat, dass sie nicht mit uns gesprochen hat, sondern sofort der Community irgendwas erzählt hat, so, und wirklich einfach ohne Sinn und Zweck einfach sich hingesetzt hat, einen Text geschrieben hat. Und dieses Ding runtergehauen hat, ja. Und das hat sie dann runtergehauen und einfach hochgeladen, und dann stand es so im Raum, dass ich der allerschlimmste Mensch bin, der auf YouTube existiert. Und das ist ein Punkt, der mir auch sehr, sehr krass am Herzen liegt, ist einfach, dass ich kein YouTuber bin, der nur dabei ist. Um das einfach mal wirklich klipp und klar zu sagen, weil viele Leute sehen mich immer so, als würde ich irgendwie im Schatten stehen von irgendjemandem und als wäre ich so wirklich nur die Person, die dabei ist. Also viele Leute sehen mich gar nicht, ich habe 800.000 Abonnenten und viele Leute sehen mich jetzt gar nicht als vollwertigen, ich muss das sagen, so, das ist eine Sache, die mich schon seit sehr, sehr langer Zeit irgendwie ein bisschen belastet, dass mich keiner so richtig, oder wenige so richtig, als vollen YouTuber ansehen, sondern einfach nur so, ja, ja, das ist Erzul und da ist Lars. So, wisst ihr, wie ich meine? Und das hat auch, das hatten wir auch schon mal angesprochen, das hat auch viel damit zu tun, dass einfach Roman eine größere Reichweite hat, etc. pp. Aber es triggert schon ein kleines bisschen, dass man immer zu hören bekommt, dass ich sozusagen dieser Schoßhund bin oder derjenige, der nur dabei ist. So, weiß ich nicht. Sowohl als auch bei dir, als auch bei Izzy oder whatever bei wem. So, ich weiß nicht, woran es liegt, aber das wollte ich noch mal kurz gesagt haben. Ja, das war auch ein wichtiges Thema, was ich mit Lars auch besprochen habe, weil mir ist es auch aufgefallen und das solltet ihr euch wirklich ans Herz nehmen, so ist es, für Lars ist es auch öfter schwierig, dass er, dass Leute schreiben so, hey, Lars, du bist echt cool, aber Roman ist viel cooler als du oder wie auch immer. Das ist voll beleidigend, auch für ihn, sowas sollte man nicht machen. Und, ja, ich würde sagen, also das war wirklich sowas, was mir echt so ein bisschen auf der Seele gebrannt hat, um das, weil wir jetzt gerade schon ein bisschen so in die Thematik eingegangen sind. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also, es ist echt schade, was so passiert ist und das ist auch von meiner Seite, vielleicht habe ich nicht alle richtigen Entscheidungen getroffen, vielleicht hat Izzy nicht die richtigen Entscheidungen getroffen oder Roman, ja, so, wir wissen es halt einfach nicht, es ist jetzt so gekommen, wie es gekommen ist und das ist halt auch irgendwie blöd, weil irgendwo hat es ja auch funktioniert und wir wollten ja auch zusammen diese ganzen coolen Videos machen. Wir wollten auch kein Video dazu machen und da großartig was zu erzählen, weil, weil es halt einfach blöd ist. Es ist einfach ein blödes Thema und ich weiß, viele haben sich jetzt auch auf die Antwort von mir gefreut, weil die jetzt auch nicht wussten genau, was sie so zwischen dem ganzen wir war, davon halten sollten und ich war jetzt eigentlich sozusagen das Ventil, um das Ganze ein bisschen aufzuklären und was ich sagen kann, ist halt einfach, dass wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr weitermachen, so, mit Izzy. Ich glaube, es war schon alles gesagt, so Izzy, wir respektieren dich, wir respektieren deine Entscheidung und deine Arbeit. Und deine Arbeit respektieren, haben wir schon immer respektiert und das tun wir bis heute immer noch, du machst gute Videos und mach diese Videos auch gerne weiter, nur, ich selber bin schon enttäuscht so, nach all dem, was wir so für dich getan haben und du auch für uns getan hast, dass es jetzt, dass du das so enden lassen wolltest und Ja, ich meine, Izzy wäre ja im Prinzip gar nicht Izzy, so, wenn wir sie nicht damals entdeckt hätten und gesagt hätten, hey, hast du Lust da drauf? Sie ist talentiert, wir haben Ja, ja, nee, das meine ich nicht, ich meine so, ich meine der Block, der Easy-Cheesy-Block, der wäre ja gar nicht wirklich entstanden. Der Käse-Block. Der wäre ja gar nicht, der wäre ja gar nicht entstanden, wenn wir, wenn wir sie nicht wirklich ins Boot geholt hätten. Ja, wir haben Izzy gefunden, wir haben gemerkt, dass sie Talent hat. Und irgendwie, irgendwie finde ich, tut es auch ein bisschen weh, ich meine, wir zwingen sie ja nicht, dass sie jetzt immer nett zu uns ist oder so, aber irgendwie tut es weh, dass wir ihr sie so eine Möglichkeit gegeben haben, so viel Plattformen geboten haben und ihr so viel, ähm, gegeben haben. Wir haben ja eigentlich gar nichts dafür verlangt, wir haben das ihr einfach gegeben. So, und ja, dass es dann trotzdem so ein bisschen eskaliert ist. Ja, das, ähm, ist jetzt so, wie es gekommen ist. Ähm, ich find's aber gut, ich find's gut. Vielleicht ist es richtig so, ich weiß nicht. Eine Sache, also wir haben jetzt, dann haben wir das auf 30 Minuten jetzt. Ähm, wir möchten auch keine Werbung auf diesem Video schalten, weil wir das irgendwie nicht richtig finden. Ähm, es sollten sich auch andere YouTuber als, als, ähm, mit so einem Video wollen wir kein Geld verdienen. Wir wollen einfach nur informieren und wir werden keine weiteren Videos über dieses Thema veröffentlichen wollen, weil unser Channel besteht nicht aus solchen Videos. Sowas haben wir noch nie gemacht, sowas wollen wir nicht weitermachen. So ein Gefühl, so ein Video aufzunehmen, wie wir das jetzt gerade machen, ist da einfach ekelhaft. Das macht keinen Spaß. Und, ähm, Es ist auch schwer, weil man alle Punkte erklären möchte. Und ich bin halt Mensch, ich hole immer richtig weit aus, Leute. ich hole immer richtig weit aus. Wenn ich jetzt ein Video gemacht hätte, wäre das zwei Stunden gegangen. Ja, ich muss den Lars da ein bisschen durchziehen, so, weil es gibt schon, es gibt definitiv auch viel mehr noch zu besprechen, was einfach auch privat, Izzy und, und, und Lars und mich angeht, so, wo wir dir immer noch sagen, Izzy, du kannst bis heute immer noch einfach nur auf WhatsApp schreiben, uns anschreiben und wir stehen dir zu Wort und wir können uns einfach unterhalten. Aber wenn du das über YouTube machen willst, kann ich dir jetzt schon sagen, dass wir keine weiteren Videos so veröffentlichen wollen, weil das einfach für die Zuschauer, für den Kanal einfach stressig ist. Also ich denke mal, da wird jetzt noch eine Antwort drauf kommen. Ja. Aber, wie gesagt, Leute, wir haben, wir haben alles gesagt und ich habe auch alles gesagt von meiner Seite aus und, ja, es ist, ja, hoffentlich, hoffentlich kommen jetzt nicht wieder die Kommentare mit, was ist los mit Izzy, was ist los mit Izzy, ich habe ja Millionen Kommentare gekriegt. Falls ihr vielleicht jemanden seht, so, der das schreibt, dann helft uns da bitte einfach und schickt denen einfach dieses Video hier und die Leute, die sich interessieren. Ich kann euch auch noch sagen, das Video wird auch nicht für immer online bleiben, also speichert euch das irgendwie ab oder so. Ihr könnt es abspeichern, wieder hochladen, weil so ein Video wie das hier auf einem Kanal zu haben, wo wir eigentlich mal nur lustige Videos gerne hochladen wollen, wo wir einfach unsere, unser Leben so ein bisschen ausleben wollen, das ist traurig, das ist wie so, es gehört, aber es gehört halt zur Geschichte dazu, leider, so, das ist halt so. So, Lars. Abschließend. Abschließend. Was, was wird es tun? Es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Also es ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kann gerade nicht mehr wirklich viel dazu sagen. Ich würde sagen, abschließend, wie wird es weitergehen? Wir werden ganz normal unsere Videos weitermachen. Minecraft 1.15 wird weitergehen. Wir werden unser Musikvideo drehen. Wir haben große Pläne. Und bitte, bitte versucht, die Leute oder die YouTuber so, die jetzt hier, ne, versucht nicht, die zu haten oder irgendwie zu bemitleiden, weil, also in meinem Fall bemitleiden, ähm, Hate ist was ganz, ganz, ganz Übles. Und es gibt viele, die so richtigen Hass jetzt entwickelt haben und so, auch komischerweise gegen mich. Und wir wünschen, und ich persönlich wünsche Isi diesen Hass, den sie uns hier gegeben hat, wünsche ich ihr nicht. Nee. Weil das einfach ein unangenehmes Gefühl ist. Das ist blöd, ja. Das ist nicht angenehm. Deswegen macht das bitte nicht. So, ich möchte keine Daumen runter sehen auf ihren Videos oder sonst irgendwo. Macht das einfach nicht und bildet euch einfach eure eigene Meinung und dann machen wir einfach unsere Videos weiter. Und wir haben keine Lust auf Streit und das Angebot steht immer noch offen. Isi melde dich bei uns, falls du irgendwelche Fragen hast und wir klären das. Wir sind für dich da. Und das war's. Was sollen wir noch sagen? Das war's, Leute. Ich denke, das ist es. Okay, alles klar. Leute, wir sehen uns im nächsten Minecraft-Video wieder oder im GTA-Video oder sonst irgendwo. Das waren 30 Minuten Content. Kleiner Podcast. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Tschü. Tschü.